Da sind Buster und Scout. Sie haben viel Spaß dabei, in den Matschpfützen zu spielen. Aber, oh nein! Arme Scout fühlt sich nicht wohl. Ah, es ist okay. Sie können morgen wieder zusammenspielen. Jetzt geht Buster rein und nimmt sich einen Snack. Aber, oh je. Er hat seine matschigen Reifen nicht gewaschen, bevor er den Apfel aß. Das ist nicht sehr sauber. Und er hat überall matschige Reifenspuren hinterlassen. Am nächsten Morgen kommt Mama, um Buster aufzuwecken. Aber, oh nein. Buster sieht gar nicht gesund aus. Armer Buster. Wow, er hat Fieber. Er muss heute zu Hause im Bett bleiben, um sich zu erholen. Jetzt ist es Zeit für Medizin. Buster mag das gar nicht. Aber Mama weiß, dass es ihm helfen wird. Da, war gar nicht so schlimm. Jetzt muss Buster sich ausruhen. Am nächsten Morgen fühlt Buster sich viel besser. Scout fühlt sich auch besser. Sie können wieder raus zum Spielen. Aber warte. Mama sagt, sie müssen erst Hände waschen, damit sie nicht wieder krank werden. Gut gemacht allerseits. Warte. Mama hat noch eine Idee. Sie können auch ihre Gesichtsmasken tragen, damit sie nicht krank werden. Da. Jetzt sind Buster und Scout bereit, draußen sicher zu spielen. Sie sind froh, dass es ihnen wieder besser geht. Sie sind froh, dass es ihnen wieder besser geht.